In diesem Video erläutere ich dir den Begriff der Angiopathie. Der Begriff Angiopathie, der sich aus dem Griechischen ableitet, wird in der Medizin als Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen und Befunde verwendet, denen tatsächlich oder vermeintlich Veränderungen der Gefäße zugrunde liegen. Meist wird der Begriff in einem engeren Sinne nur für arteriosklerotische Veränderungen der Schlagadern, also der Arterien, verwendet. Dabei wird oft zwischen dem Befall überwiegend sehr kleiner Gefäße, der Mikroangiopathie, und größerer Gefäße, der Makroangiopathie, unterschieden. Eine besondere Bedeutung kommt den diabetischen Angiopathien zu, die als Folge eines erhöhten Blutzuckers auftreten und als diabetische Retinopathie zu Netzhautveränderungen, als diabetische Glomerulusklerose zu einer Nierenschädigung, als diabetische Neuropathie zu einer klinisch manifesten oder subklinischen Erkrankung der peripheren Nerven führen können, sowie auch als periphere diabetische Angiopathie zu Ulzera und Gangrenen im Bereich der Beine. In einem seltener verwendeten weiteren Sinn zählen auch die Erkrankungen der Venen, die Venopathie, und der Lymphgefäße, also die Lymphangiopathie, zu den Angiopathien. Eine Mikroangiopathie ist eine Erkrankung der kleinen Blutgefäße, meist eine besondere Ausprägung der Arteriosklerose. Eine scharfe Grenze zur Makroangiopathie, also der Arteriosklerose der größeren Schlagadern, gibt es in dem Sinne nicht. Im Allgemeinen wird der Begriff Mikroangiopathie für kleine Gefäße von den Arteriolen bis zu den Kapillaren verwendet. Oft wird der Begriff im Zusammenhang mit dem Diabetes mellitus, der arteriellen Hypertonie und auch anderer Stoffwechselerkrankungen gebraucht, die zu Ablagerungen und Veränderungen der kleinen arteriellen Gefäße führen. In den meisten Fällen der Arteriosklerose lassen sich Mikro- und Makroangiopathische Veränderungen gemeinsam nachweisen. Eine reine Mikroangiopathie ist selten. Die arteriosklerotische, also meist diabetische, Mikroangiopathie ist sehr häufig, bleibt aber anfangs oft unbemerkt. Daneben gibt es die seltene thrombotische Mikroangiopathie. Dieser Terminus beschreibt Syndrome mit mikroangiopathischer hämolytischer Anämie, thrombozytopänie und auch thrombotischen Verschlüssen in der Mikrozirkulation. Sie werden je nach Symptomatik als thrombotisch-thrombozytopänische Purpura oder hämolytisch-urämisches Syndrom bezeichnet. Von der Mikroangiopathie können alle Gefäßregionen des Körpers betroffen sein. Insbesondere der Augenhintergrund, das Gehirn, das Herz und auch die Nieren sind bevorzugte Gebiete mikroangiopathischer Veränderungen. Die Mikroangiopathie kann man nur unter dem Mikroskop oder durch Spiegelung des Augenhintergrundes erkennen. Daneben gibt es indirekte Hinweise, die auf mikroangiopathische Veränderungen hinweisen, wie beispielsweise geringer Eiweißverlust über die Niere oder Störungen der Fähsregulation an den Beinen. Folgen einer solchen Störung können zum Beispiel Blindheit, eine Niereninsuffizienz oder auch chronische neurologische Defizite durch eine subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie sein. Es kann aber auch zu einer Herzinsuffizienz als Folge einer chronischen Durchblutungsstörung und Muskelzerstörung kommen. Daneben können auch Gangräne die Folge sein. Das therapeutische Vorgehen gliedert sich an die Therapie der Arteriosklerose an. Hier werden zum Beispiel Lasertherapien der diabetischen Retinopathie eingesetzt. Es werden aber auch eine Reihe von Medikamenten eingesetzt, wie beispielsweise Calcium-Dobesillat zur speziellen Behandlung der Mikroangiopathie. Die Wirksamkeit von Calcium-Dobesillat wurde unter anderem bei Patienten mit diabetischer Retinopathie bzw. Nephropathie nachgewiesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017